Oh ne, Geisel, oh ne, oh ne, weißt du, Haus, oh ne, Geisel, oh ne, da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht da schießt, Alter. Ja, ich mein, ne Granate auf sie werfen, kannst du ja nicht, das ist ja gar nicht so schlecht. Die fliegt da wieder zurück und bringt dich dann. Ich nehm mir jetzt meistens Thatcher, Alter, anstatt der mit den Granaten, dann ist das so. Mir zu risky. Wenn du nicht Sledger nimmst, Sledger. Das hat jemand anders übernehmen. Hey Till, deine Brille ist hässlich. Ich hab mir die nicht gekauft. Ach, hast du nicht... Wie hat er nicht, ausnahmsweise mal nicht mit 30.000 Credits oder so gekauft? Nein, aber meine Federmostmaske. Ich find's hofft, dass die nicht angezeigt werden, so. Ja. Das war ja früher so, früher hat's dir ja angezeigt. Hm? Ne, nicht deine Sachen, die du anlattest. Doch. Ne? Ne. Sicher? Ja. Was haben wir denn? Mhm. Dauere Stunden später. Ah, geht doch. Alter, was geht denn bei Solid's Ping und so? Bei diesem Chirping-Ping? Gib Rab. Bei CoolRabix-Pulfe. Da runter. Unten, unten. Kapkan ist schon unten. Garage oder hinten? Äh, Kapkan war Garage, aber hinten. Ah, servo. Servo. Genau. Ich frage mich, warum Cavera auf ihrer Waffeentscheidung vermacht. Die schießt so langsam, dass sie die Feuerraten von uns nicht hat und trotzdem macht relativ wenig Damage. Fünf Sekunden bevor der Anstieg. Rescute ist weg. Find und secure die Hostage. Die Cavera sind schon in der Garage. Sicher? Mhm. Breach George Bryant, der den Backpack betrifft. Deploying Drone. Was ist denn das gerade? Die Cavera sind tot. Garage ist clear. Oder? Warte. Ich hab kein Wasser noch irgendwo sein. Ähm, also in der Garage eigentlich nicht. Küche ist auch clear. Oder so. Ja, man macht den coolen Trick, nach unten gucken. Ach, da hinten ist ein Schild. Schild, 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 schild. Hinter dem Schild müsste eigentlich clear sein. Ja, ja. Ich will gleich mal aufzermalten irgendwo. Die haben hier nicht mehr im Tunnel geblieben. Schild, schild, schild. Schildpeak, äh, Kassose. Schild, schild, schild. Geh mal weg, Leo. Da, da macht es richtig cool. Ja, klar. Schild, 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 schild. Schild, 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 schild. Schild, 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 schild. Schild, 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 schild. Schild, schild, schild. Oh, was? Oh, Mann! Wo ist die? Pappi. Heu. Hä, Soli, warst du nicht direkt da, wo Capcan war? Ne, Soli war... Ne. Bin grad zurückgerannt, weil die Küche da kamen und entgegen. Das ist doch im Tunnel drin. Ja, im Tunnel drin, aber da... in dem... 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 Oh, fuck! Alter! Ich hab's doch gesagt! Ey, zum Glück ist sie nicht tot. Nein, er hat nur 10 abgezogen, Alter. Ja, und da ist noch... ein EDS, ne? EDS. Wo du da ne Cam reinwirfst. Einen Dings. Werf mal deine Granaten rein, hier, Typ. Da hinten um die Ecke rum, bei Schorle. Links ist, äh... Valkyrie. Ja, Schorle soll mal seine Granaten reinhauen. Keine Granaten. So! Nein! Hab ich's doch? Da, down, die ist down, die ist down, hier bei Schorle. Bom, helf, helf, helf! Steffen, hinter dir! Nein, die ist noch nicht down! Pass. Schorle, du bist ein Thatcher, du hast Thatcher-Granaten. Die musst du in den Raum werfen, damit alles da tot ist. Was hab ich? Thatcher-Granaten, die doch die ganzen elektrischen Dinger töten. Ey, der macht doch gar keinen Schaden, oder nicht? Ja, aber die ganzen Black-Eye-Cams und Radios und Kameras und ADS-Dinger für Jäger. Achso! Die Kapkan-Traps. Und wenn du die 3 behältst, bringt das nichts, dann werfst du lieber. Ja, wusste ich nicht. Hab gedacht, dass nur fährt so ein Termin, damit er auch springen kann, ne? Ja, auch, aber wenn nicht, dann kannst du trotzdem werfen. Baby! Bei dem gar nicht Win-Force, oder? Nee. Wo oben Treptlos hab ich gesehen. Er so da, neben dem Raum war alles. Wahrscheinlich wollten sie sich die Gelegenheit offen lassen, oder so. Keine Ahnung. Oh, boah! Hat der Schrotz so? Ja. Ja, mach mal nicht dicht, lass mal auf. Oder mach auf. Warum nicht, wenn wir uns einschillen? Was ist denn jetzt? Du musst den Job auch machen. Weiß nicht. Weiß nicht. Oh, was denn jetzt? Weiß nicht. Weiß nicht, Alter. Weiß nicht. Weiß nicht, Alter. Verbrauch doch nicht die Munition, dafür da hast doch kaum was. Ne? Mit der mit der Luftwohnung? Ja. Mit der SMG nicht auf Drohnen schießen, die hat keine Masse. Nimm da lieber deine E. Aber meistens brauche ich die. Nehmt die, die Doppeltür. Wo ist das? Nicht unsere. Ja. Hm? Putze. Putze ist hier. Na ok, Fürstsatz ist nun weg. Oh, hinter uns. Am Fenster. Sind oben. Sind vorne im Abhänger. Ne, die ist an der Treppe, Stefan. Ja, ja, ich weiß. Oh, da hat ein geschild. Was, Mercury. Wie scheiße. Egal, dass ich das scheiße schimpen werde, alter. Freakill. Geht da. Patsch mit dem. Könnte Mercury vielleicht mal hilfreich zum Team sein? Und nicht nur in ihre eigene Cam werfen? Äh, wegen des Twitch. Oh Gott. Push dich, push dich. Fuck. Ach, der hat sich hingelegt. Ich dachte, der wäre down gewesen. Bam. Da kommt einer. Direkt vor. Die ist direkt vorm Geiselraum. in K. Wär mal sein. Dicker Lecker Die ist gleich da. Dieτι dann kommt also an der Treppe vom Keller hoch. Wo ist denn die da bei mir? Ja hier, rechts, rechts! Hilf ihm, hilf ihm! Vielleicht wird sie kommen! Achtung, geh weg da schon! Ah, sehr gut! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Der hat gar nichts gemacht! Der hat gar nichts gemacht, der Typ, Alter! Da ist einfach ein Fuse drin! Der Blackbeard hat überhaupt nichts gemacht, Alter! Der Satan hat einfach nichts gemacht! Na, umso besser! Oha, Alter! 4 zu 0, was geht! Oh, das ist wahrscheinlich Garage! Will auch ein Kill machen! Aufheilen! Aufheilen! No! Oops! Hmm... Need to recover the hostage! Fых! Ohes! Haupp... Haupp... Hauppraum! Wiese Office oder so oder so heißt da! Stift sich der Raum! Eingangshalle! Warteraum! Was auch immer! Telers Office, genau... Das heißt, Tellers heißt doch irgendwie Verkäufer, oder nicht? Äh, ne, Tellers ist mehr... Angestellten. Ne, ne, ist mehr Warteraum. Wo ist ne Scheiße? Nichts, nichts. Das ist gut so. Save die Drohne, save die Drohne. Dann wird Schirm gleich wieder benutzen. Oh, offen? Ja, davon ist eine. Wenn sie Tütsen macht, dann sofort wechseln. Ah, die ist doch da, Mann. Da war noch jemand, noch jemand, Vorsicht. Ist ja doof. Such mal die Cam, würd ich sagen, oder? Ich bin im Busch. Alter, was war das denn? Wie schnell. Fuck, der hat mich geledet, Alter. Der ist rechts drinnen. Hä, wie hat der mich jetzt gemacht? Mit am Eingang rechts drinnen. Mit am Eingang rechts drinnen. Wartet mich hier die ganze Zeit. Was ist denn die Scheißkamera? Was ist denn die Rechtskamera? Keine Ahnung. Scholle, was machst du? Da helft er jetzt mal ein bisschen. Ja, scheiß doch nütz. Ich werf einfach schon mal so'n Ding von dir rein, da durch die Tür. Ja, oder auch nicht. Werde mal so'n Ding... Oh, leck. Da sitzt er. Halt wäre ... ... ... ... ... ... Das war genauer, aber genauer, was ich da rauskomme. Ich habe mich nicht so lange am Ende gespielt. Also, so wie ich das bedenken kann, sind wir jetzt wieder an dem Ort. Wir sind jetzt wahrscheinlich gleich in der Eingangshalle oder so. Wer hat denn da mit dem Dampus? Fortify the room. You need to keep the hostage secure. Ah, wieder da raus. Hättest du keine Stratze von euch? Nein. Voll nicht. Willst du dein T4-Opfern? Was? Was ist los? Ich hab drei Drohnen. Ah. Oh, wieder gleiche Taktik wie eben. Erstmal bleib ich im Raum. Die kommen über den Keller. Oh, da bin ich ja drin. Oh, hier. Sorry. Warte, warum kann ich nicht ping'n? Ich kann nicht ping'n. Auf jeden Fall sind sie hier bei mir. Blitz, 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 blitz. Noch einer, noch einer, noch einer. Komm, 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 komm. Montagna, Montagna. Hab ich. Danke. Warum kann ich nicht mehr ping'n? the door. Und ich mir empfah. Ich bin nicht mehr... ...hier... 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 Ich bin nicht mehr... ...hier... Dach oder so Also auf jeden Fall hier Oh, ich hasse es wenn ich pinke Towns Es regnet Es regnet, es regnet, Mann Warte, das war doch Capital Sicher? Achso, ich hab's dann nochmal hinten gesehen 1-1, naja, das geht weg, hat eh Du kennst ja bei F diese Berge